Es geht jetzt hier um folgendes. Ganz normaler Kassenvorgang. Hier siehst du zum Beispiel, wenn du hier anhebst, rollt das Rollwand. Wir arbeiten sehr viel mit diesem Scanner-Code, den du hier siehst. Wo ist er? Da? Ganz klein auf der Seite. Kannst du mal drüber ziehen und dann erscheint der Artikel hier vorne auf dem Bildschirm. Und hier vorne haben wir diese Liste, die PLU-Liste, das bedeutet Price Lockup. Da kannst du dann schauen, wenn der Kunde zum Beispiel eine Banane oder mehrere Bananen drauf hat, dann tippst du hier die Nummer ein. Mach das gerade mal, die 4001. Hallo. Das war 67,25 Euro, bitte. Ja. Möchten Sie die Bar oder mit der Karte zahlen? Ähm, ich zahl mit der Karte. Karte, okay. Und dann drückst du auf Kartenzahlung. Ja? Ja, hier ab. Karte, okay. Da sindfalls die Karte. Der drückst du nachher, which natürlich eine Kar 독wishiki-Karte. Das war die Rüssigkarte.